ARD Text im Auftrag von Funk Guten Morgen! Daran könnte ich mich ja glatt gewöhnen. Pass auf, sonst musst du mich jetzt jeden Morgen abholen. Ah, Tanja! Du gewusst, dass du mir verzeihst. Ja, Entschuldigung bei dem sauber, bei dem... bei dem jungen Mann. Wird's spät. Du hast... das Blut zeigt. Komm mal bitte näher. Hast du das kreiert? Du arbeitest in deinem Gewächshaus. Wo auch mein Rosmarin steht. Ja. Genau so ist das. Du weißt das alles wieder. Du bist meine Freundin. Du bist fang'er. Wie geht's in deinem Gewächshaus? Du bist my husband, Saal und du bist mit deinem Gewächshaus. In deinem Gewächshaus. To stay through the rainbow-colored night, stay, 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 stay. Du weißt wieder, wer ich bin? Wir haben viel miteinander erlebt, nicht wahr? Ja, ja, das haben wir. Robert, ich hab dich so vermisst. Da ist noch mehr. Woran du dich erinnerst? An Alexander. Gott sei Dank. Und dein Parfum, das hast du kreiert, nachdem ich dir einen Brief geschrieben habe. Ja, genau so ist es gewesen. In meinem Kopf, da sind viele Erinnerungen. Wie fühlst du dich? Momentan war einfach ein bisschen viel. Was? Was? Was spinnt sie jetzt? Was? Verklang bist du mit Beleidigung? Jetzt direkt. Unverschämt. Ja, warum sind sie so wütend? Ja, diese Frau Liebers, die ist ja nicht ganz bei Trost. Was hat sie denn gemacht? Na, alles wegen dem Sauer mit dem Elendiglichen. Aber der hat sich die Watsche verdient. Sie haben jemanden georfeigt. Ja, und wem handelt es sich denn? Dann bockert er die Tanja einfach an, anstatt dass er an. Packen wir ja. Weiber, das hab ich jetzt davon. Das tritt er durch. Was soll ich denn machen? Entweder wir landen vor Gericht, oder Samia muss das Land verlassen. Das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja. Es gibt nur eine Lösung. Und zwar? Meinst du es gut mit Samia? Natürlich. Und du willst wirklich, dass ich hierbleiben kann? Vater, bitte. Ja. Felix. Ich weiß, es ist hart. Aber es ist noch nicht zu spät. Wofür? Ich kann doch meine Gefühle nicht einfach so abschalten. Felix. Du musst es dir klar machen, und zwar bald, sonst mach ich das. Wie soll ich denn die Zeit zurückdrehen? Wie soll denn das funktionieren? Du musst dir klar machen, was auf dem Spiel steht. Und dann weißt du, was du zu tun hast. Hildegard ist heute der erste April, oder was? So was hab ich auch gedacht. Du, ich hab das doch selber nicht glauben wollen. Also nochmal. Der Pachmauer hat dem Anzeigenmann von der Tanja eine Watschen gegeben. Ja. Ja, aber der Pachmauer selber ist doch Tanjas Anzeigenmann. Ja, da scheint es aber noch einen zu geben. Und dann geht der Pachmauer hin und haut ihm einfach eine runter, oder was? Dankeschön. Einen schönen Tag wünsch ich Ihnen. Vielen Dank, Dankeschön. Sag einmal, ist der Pachmauer noch da? Nee. Du, der ist rausgerauscht, wütend wie ein wilder Stier. Jetzt fragt sich nur, ob der gewusst hat, dass sich die Tanja mit einem anderen trifft, oder ob er zufällig da war. Das müsste aber ein großer Zufall gewesen sein. Du meinst, die Tanja hat sich mit beiden gleichzeitig verabredet? Ja, inzwischen weiß ich überhaupt nichts mehr. Jedenfalls hatte er plötzlich einen Konkurrenten. Ja, und noch dazu einen jungen, schneidigen Kerl. Ja, da sind ihm die Nerven durchgegangen. Ja, so könnte es gewesen sein. Ja, oder eben auch ganz anders. Ja, und wie? Das darfst du mich doch nicht fragen. Woher soll ich denn das wissen? Also, so viel ist nur klar, die Tanja ist ja nicht blöd. Und wenn du dir zwei Männer zur gleichen Zeit hin bestellst, das muss ja in die Hose gehen. Also muss irgendetwas schiefgelaufen sein. Ist blöd, wenn man nicht Bescheid weiß. Ja, saublöd. Also, das ist jetzt nicht wegen der Neugier oder so? Nee, natürlich nicht. Hildegard, das hier ist das Herz vom Hotel. Hier muss einer stehen, der über alles Bescheid weiß. Ja. Entschuldigung. Hotel Fürstenhof Rezeptionsambüchler, was kann ich für Sie tun? Einen Massagetermin, gern. Ja, so, jetzt. Er kann so sanft sein. Das glaubt man gar nicht. Er wirkt sonst immer so kontrolliert. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er dich wirklich mag. Ich hab das Gefühl, er versteht mich einfach. Ich brauch nichts machen oder sagen. Er weiß trotzdem, was los ist. Ihr müsst natürlich jetzt sehr vorsichtig sein. Vorsichtig? Warum? Naja, mir war das erst auch nicht klar. Johann hat mich drauf hingewiesen. Johann. Hat euch gesehen. Also, niemand darf merken, dass ihr zusammen seid. Wieso denn nicht? Von mir aus kannst du die ganze Welt wissen. Es glauben ja alle, dass Johann mein Vater wäre. Und das muss auch so bleiben. Und dass Felix Johanns Sohn ist, das wissen ja hier sowieso alle. Eben, und deshalb darf wirklich niemand erfahren, dass ihr ein Paar seid. Sonst denken alle. Dass ihr Geschwister seid. Ich hab's gewusst. Ich hab's doch gewusst. Robert wird wieder ganz gesund. Das Schlimmste ist überstanden. Aber ich bin so froh. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Einen wunderschönen guten Tag. Aber eins sag ich dir, Robert Saalfeld. Diesmal passe ich besser auf dich auf. Und bald kannst du dich wieder an alles erinnern. Sieht ganz danach aus. Der Seifenkisten drin. Weißt du's wieder? Da, wo es mich aus der Kurve gehauen hat. Ja! Die steile Straße am See. Die letzte Kurve. Da hab ich mir den Arm gebrochen. Genau. Sonst hätte ich gewonnen. Für mich warst du sowieso der Sieger. Damals hast du was anderes gesagt. Damals waren wir noch Kinder. Apropos. Schau mal hier. Deine kleine Nichte. Guck. Und Laura. Und Laura, ja. Sind ich süß? Also, Hanna. Jeder, der Hanna sieht, verliebt sich sofort in sie. Sie ist noch ziemlich klein. Du bist noch ziemlich mitgenommen, was? Ach, kannst du natürlich behalten. Damit du ein bisschen prallen kannst mit deiner hübschen Nichte. Ich hab vorhin mit Laura telefoniert. Sie sagt ganz liebe Grüße. Und fährst du denn wieder nach Brüssel? Umso lange du mich noch brauchst, bleib ich natürlich hier. Ich bin wieder okay. Meine Erinnerungen sind auch wieder da. Ich brauche einfach noch ein bisschen Geduld, um das alles zu sortieren. Ja, meine kleine Familie vermisst mich schon sehr. Und das Hotel, für das du arbeitest? Ach, ich hab'n verständnisvollen Chef. Hoffe ich zumindest. Ich schlafe sowieso die ganze Zeit. Und wenn ich wach bin, versuche ich meine Erinnerungen zu sortieren. Werner kommt ja morgen wieder. Miriam ist sowieso die ganze Zeit da. Also, ich meine, wenn du wirklich glaubst, es wäre okay. Mein Kompliment. Wofür? Felix Tarasch hat dich wahnsinnig gelobt. Ach ja? Obwohl er dich am Anfang ja gar nicht mochte. Ja, ich arbeite auch gern mit ihm zusammen. Wie mit fast allen hier. Ah, gibt's da Ausnahmen? Die gibt's wohl immer. Ich hoffe, du hast noch genug Zeit für dein Privatleben. Das Vergnügen sollte nie zu kurz kommen. Sicher. Also, ich zum Beispiel würde mir heute einen ausgezeichneten tuskanischen Rotwein gerne. Den haben wir mal zusammen getrunken, vielleicht erinnerst du dich. Das ist der mit dem angenehmen Abgang. Vielleicht hast du ja Lust. Ich würde mich freuen. Du versuchst es wirklich immer wieder, ja? Warum nicht? Überleg's dir. Wie der ganze Abgang. Davon wüsstehst du was. Hallo, Robert. Hallo. Erkennst du mich schon wieder? Du bist Victoria. Wir waren mal zusammen. Das weiß ich. Ich erinnere mich, wie du nackt aussiehst. Aber jetzt hast du ja was an. Deinen Sinn für Humor hast du nicht verloren. Es freut mich, dass es dir wieder gut geht. Ich hab keine Schmerzen. Du, ich hab dir was mitgebracht. Nur ein Risotto. Du kannst es ruhig essen, der Doc hat es erlaubt. Du hast schon mal Risotto für mich gemacht. Mhm. Das Grabenrisotto. Du erinnerst dich dran? Da sind wir... Da sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Mhm. Und du dachtest, ich wär ein Küchenmädchen. Und du hast so getan, als wärst du eins. Du fühlst dich noch nicht wirklich fit, was? Ich bin ziemlich schlapp. Hey. Das wird schon wieder. Danke. Was glaubst du, könnte es noch Komplikationen geben? Im Moment sieht alles sehr, sehr gut aus. Was mit der CT? Die geschädigten Hirnregionen. Ja, sie werden offenbar tatsächlich von anderen Zonen kompensiert. Robert hat großes Glück gehabt. Seine Erinnerung kehrt zurück. Ja, und sein Sprachzentrum ist auch völlig in Ordnung. Also... Ich fahre nur nach Brüssel, wenn ich mir sicher sein kann, dass nichts mehr passiert. Alexander, alle Tests waren unauffällig. Also aus meiner Sicht kannst du völlig beruhigt fahren. Danke, Gregor. Du hast Robert sehr geholfen. Das war gar nicht so wild. Er hat, wie gesagt, großes Glück gehabt. Ist nicht unterzukriegen, was? Ja. Ich habe fast das Gefühl, mich von einem Freund zu verabschieden. Geht mir genauso. Verrücktes Leben, ne? Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Es gibt immer eine Lösung. Das mit der Vaterschaft, das kann man bestimmt rückgängig machen. Samir, die Vaterschaftsanerkennung rückgängig zu machen, das würde das Ende bedeuten. Aber dann müssten wir uns nicht mehr verstecken. Dazu hätten wir auch gar keine Gelegenheit mehr. Du müsstest sofort zurück nach Afrika und das wäre noch gar nicht alles. Wieso? Vera und Johann, die müssten sich wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Es muss einen Weg geben. Ja, natürlich, den gibt es auch. Aber ich sehe nur einen Weg. Du meinst, wir müssen... Vernünftig sein, ja. Wir müssen vernünftig sein. Wir müssen die Finger voneinander lassen. Ich will aber nicht vernünftig sein. Ich auch nicht. Wie sollen wir das denn schaffen? Ich weiß nicht, aber... Wir müssen. Ja. Ja. Ja, jedes Mal bei Föhn habe ich einen verspannten Rücken. Eine Massage hilft da immer. Dann melde ich mich wegen einem Termin. Lässe ich machen. Hallo zusammen. Tag, Herr Sonnbichler. Herr Sonnbichler, ich muss da wieder. Es gibt nur ein paar neue Massagetermine. Bitte sehr. Vielen Dank. Keine Versache. Und sonst, alles... Alles okay bei Ihnen? Natürlich, natürlich. Ja, dann ist es ja gut. Ach, Ihnen geht es weiter. Ich weiß nicht, aber... Was ist das? Hey, darf ich kurz? Ja, klar. Ich bin so froh, dass es Robert wieder gut geht. Das kann sich überhaupt keiner vorstellen. Doch, ich. Meinst du, ich könnte ihn morgen mal besuchen? Ja, klar. Warum nicht? Entschuldigt, störe ich? Ich müsste ganz kurz mit dir sprechen. Ich muss sowieso zurück in die Küche. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dir auch. Ich war gerade bei Robert im Krankenhaus. Ist das nicht unglaublich? Ich freue mich auch, dass es ihm wieder gut geht. Höre ich da ein Aber? Er kam mir irgendwie komisch vor. Vittoria, er hat noch Erinnerungslücken. Aber das gibt's nicht bald. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Er war seltsam, so als wäre er nicht ganz bei sich. Du musst ein bisschen nachsichtig mit ihm sein. Das Koma hat ihn sehr geschwächt. Und die Operation ist auch nicht lange her. Das weiß ich. Trotzdem, da ist noch was anderes. Er hat nicht ein einziges Mal gelächelt. Vielleicht bist du einfach nur enttäuscht, weil er immer noch nicht ganz der Alte ist. Miriam, ich kenne Robert auch ganz gut und da stimmt irgendwas nicht. Vielleicht solltest du mal mit Gregor darüber sprechen. Ich kann verstehen, dass du dir Sorgen machst. Aber du findest, dass es überflüssig ist. Ja, vielleicht hast du recht. Du wirst sehen, da steht Robert wieder in der Küche. Hoffen wir's. Ich muss wieder ins Büro. Ich hab gute Nachrichten. Du kommst in ein normales Krankenzimmer. Hauptsache ein weiches Bett. Ja, dein Zustand ist stabil genug. Sind das Fotos von Laura und der Baby? Darf ich mal? Klar. Ach Gott, siehs. Ja, Wahnsinn. Guck mal. Ich fühl mal, wie glücklich Laura aussieht. Und das Baby, wie aus dem Bilderbuch. Hübsches Kind. Und gesund. Ist bei dir alles okay, Robert? Also ich meine so, wie fühlst du dich? Ich habe keine Schmerzen. Nein, ich meine so, wie fühlst du dich? Ganz okay. Nach einem Koma kann's manchmal passieren, dass Patienten Depressionen bekommen. Manchmal wissen sie gar nicht, was mit ihnen los ist. Das ist so eine Art Traurigkeit. Habe ich nicht. Sicher. Ich glaube, man ist einfach nur müde. Ich denke, ich würde mich jetzt gerne ausruhen. Tu das. Ist auch gut für den Heilungsprozess. Und den beiden möchte ich wirklich nicht tauschen. Ja. Muss denn das unbedingt jetzt sein. Was meinst du? Nein, mit Felix und Samia. Müssen die sich ausgerechnet jetzt ineinander vergucken? Also, Johann, das sucht man sich doch nicht aus. Aber wenn etwas unmöglich ist, dann lässt man es einfach bleiben. Da sind Gefühle im Spiel. Das geht nicht so einfach. Wenn mir jemand sagt, Johann, steig auf den Kilomandscharo, dann sage ich auch, nein, ich lasse es bleiben, weil ich es nicht kann. Keine besonders romantische Einstellung. Vera, Romantik hat hier nichts verloren. Ein anderer würde vielleicht sagen, ich besorge mir gute Schuhe und die beste Ausrüstung und dann steige ich da hoch. Ja, genau. Und wenn du oben auf dem Gipfelkreuz angekommen bist, dann gibt es auf der einen Seite die Ausweisung nach Afrika und auf der anderen Seite den Riesenprozess gegen uns wegen Betrugs. Samia ist gerade so glücklich. Und Felix... Felix passt auch so gut zu ihr. Vera, jetzt setze dir doch bitte keinen Floh ins Ohr. Das tue ich doch gar nicht. Vielen ist der Zusammenhang doch auch gar nicht mehr klar. Die denken nicht mehr daran, dass Samia zu deiner Tochter gemacht wird und dass Felix dein Sohn ist. Wie? Du meinst, du meinst, sie können zusammen sein, ohne dass sich irgendjemand was draus macht? Vielleicht? Nee, das glaube ich nicht. Der Pachmeier, der war von Anfang an skeptisch. Für den wäre es doch ein gefundenes Fressen, wenn er die beiden Händchen halten und im Park spazieren gehen sieht. Ja, aber man kann Ihnen doch nicht verbieten, sich zu lieben. Wie soll denn das gehen? Nein, man kann es Ihnen nicht verbieten, aber man kann Ihnen verbieten, Ihre Liebe zu leben. Das ist grausam. Ist es dir lieber, wenn Sie uns alle ins Unglück reiten? Die beiden werden unglücklich sein. Ja. Ja. Aber nach einer gewissen Zeit werden die Gefühle verblassen und dann... Ach Gott, nochmal, mir bricht das Rauch, das Herz. Ich hoffe, eine Feuerzangenwurde tut's auch. Und bitte nehmen Sie doch Platz, Mann, ab. Wow. Reden. Ich bin froh, dass wir diesen Abend hatten. Vielleicht ist Freundschaft besser als eine Liebe, die uns beide niemals glücklich gemacht hätte. Darf ich? Gerne. Hey. So nachdenklich? Ich mach mir Sorgen um Robert. Aber ich dachte, es geht ihm besser. Schon. Was macht ihr dann zu schaffen? Weißt du, Robert ist einer der emotionalsten Menschen, die ich kenne. Aber davon ist nichts zu spüren. Er ist mir auf einmal so fremd. Er ist bestimmt bald wieder okay. Ich hab meinen Cousin noch gar nicht richtig kennengelernt, aber... Dir scheint er sehr vertraut zu sein. Wir sind eine Weile zusammen gewesen. Was? Das wusste ich ja gar nicht. Tja, der Herr Fürstenhof steckt voller Überraschung. Schlaf dich schön gesund. Also der Herr für den Foto. Das ist der Herr für den Foto. Aber der Herr für den Foto. Und dann. Ich weiß nicht, was du warst. Und schlaf dich schön gesund. Schlaf dich schön gesund. Und dann. Ich weiß, wie erschöpft du bist. Aber jetzt wird alles gut? Ich sehe dich schon vor mir, wie du auf Französisch die Küchenleute durch die Gegend scheust. Vorausgesetzt, Viktoria und ich können diesen Lecom lang genug hinhalten. Das kriegen wir aber auch noch hin. Aber jetzt geh ich lieber, bevor du aufwachst. Dieser Weinhändlein bei Baby will mir nichts verkaufen. Aber du willst den Wein unbedingt haben. Ja, natürlich, logisch. Und er sagt so wie, nein, keine Chance. Er hat irgendwie so einen Dialekt gehabt, so Schwarzenegger-mäßig. Österreicher. Steiermark, genau, seit 30 Jahren in Australien. Und dann verrät er mir, was er auf dieser Welt am meisten vermisst. Und? Steirischen Zirbenschnapp. Was? Ja, so aus dem Zapfen der Zirbelkiefer, ja. Und dann sag ich ihm, pass auf, wenn ich dir darf und eine Flasche besorge, kommen wir dann ins Geschäft? Was hat er gesagt? Er hat sich erst mal totgelacht, der Typ, ja. Und meinte, das schaffst du nie und so, aber dann hat er Ja gesagt. Und jetzt kommt's. Ein Freund von mir wohnt auf der Thuracher Höhe. Ah, nee. Holt eine Flasche aus dem Keller, fährt nach Klagenfurt zum Flughafen, bestichten des Dudes und das war's. Das gibt's nicht. Er hat sich gefreut? Ja, du, der hat sich tierisch gefreut. Er hat echt geweint vor dem Glück, ohne Quatsch. Oh. Entschuldige. Auf den glücklichen Weinhändler. Ich frag mich, was man tun muss, um dich glücklich zu machen. Das ist gar nicht so leicht. Und warum? Ich will offen sein. Ich bin in letzter Zeit an Männer geraten, die es nicht wirklich ernst mit mir gemeint haben. Schwer zu verstehen. Sowas brauch ich nicht nochmal. Und da ich nicht weiß, wie du zu Frau Marquardt stehst, ja, da bin ich halt etwas sehr zurückhaltend. Und... denkst du, das könnte sich irgendwann ändern? Ich will einen, der es ernst meint. Nicht mehr und nicht weniger. Danke für den schönen Abend. Du hast deinen Kittel zwar ausgezogen, aber... ...innerlich trägst du ihn immer noch. Du kennst mich schon ganz schön gut. Was ist los? Du wirkst so nachdenklich. Ja, ich muss an Robert denken. Wieso? Hat sein Zustand sich verschlechtert? Eigentlich nicht. Aber? Physisch ist er auf einem guten Weg. Und psychisch? Also sprachlich, seine Gedanken, Erinnerungen, alles okay. Ich weiß auch gar nicht, ob ich drüber reden sollte. Es ist mehr so ein diffuses Gefühl, das ich habe. Na ja, aber... Es beschäftigt dich doch. Ich habe mit ihm über Laura gesprochen. Und über das Baby von Laura und Alexander. Roberts kleine Nichte. Ja, und da waren Fotos. Die waren wirklich total süß. Aber Roberts haben die irgendwie völlig kalt gelassen. Ja, aber guck mal, ich denke, er ist todmüde. Ich meine, Robert wäre fast gestorben. Ja, aber er war so kühl. Völlig untypisch für Robert. Als hätte sein Charakter sich verändert. Ist denn so was möglich? Er könnte eine Depression haben, die er versucht zu unterdrücken. Aber Robert streitet das ab. Und was willst du jetzt tun? Abwarten. Vielleicht ist es ja nur die Medikation, die er nicht verträgt. Wer weiß. Aber sprich bitte mit niemandem drüber. Nein, natürlich nicht. Herr Saalfeld sollte das nicht wissen. Und Miriam natürlich erst recht nicht. Sie hat so schon genug Sorgen. Herr Saalfeld wird mit mir sowieso nur über eine Sache sprechen wollen. Du meinst ja, will ich immer noch loswerden. Wenn Robert irgendwas passiert, dann hasst er mich wirklich. Aber Alexander hat geschafft, dass du hier bleibst. Ach, Alexander hat doch überhaupt nichts mehr zu sagen hier. Weißt du was? Am besten, wir vergessen jetzt einfach beide unsere Sorgen. Und konzentrieren uns auf das Wesentliche. Und das wäre? Küssen. Und Kuscheln? Ja. Und so Sachen. Und Kuscheln? Ja, und so Sachen. Ich habe auf dich gewartet. Ach, es ist schön wieder hier zu sein. Du willst bestimmt gleich zu Robert. Also wenn Komplikationen auftauchen, kommt Professor Thomas sofort hergeflogen. Erstmal wieder alle Register gezogen, was? Ich habe ihm angeboten, im Fürstenhof Urlaub zu machen mit der ganzen Familie, solange er will. Falls jetzt noch was ist, dann lässt er alles sofort stehen und liegen. Das wird zum Glück nicht mehr nötig sein. Komm doch mit mir mit, wir fahren gemeinsam zu Robert. Ich war gerade auf dem Sprung zum Flughafen. Du willst schon abreisen? Ja, meine Familie vermisst mich. Also Laura und Hannah. Und das Hotel braucht mich auch. Robert hat es mir selbst vorgeschlagen. Das ist allerdings ein gutes Zeichen. Auch wenn ich dich gern hier noch länger hätte. Na dann, lass dich nochmal. Ah, komm her. Eine Bitte hätte ich allerdings noch. Gibt es was, was ich dir abschlagen könnte? Es wäre schön, wenn du dich mit meiner Cousine wieder vertragen würdest. Cousine? Ah, Leonie Preisinger. Ja, ich habe ihre Kündigung rückgängig gemacht. Sie kann nichts dafür. Sie kann weder was für ihre Erkrankung noch für die ganzen Komplikationen, die Robert sich eingebrockt hat. Jetzt gibt ihr einen Ruck. Sie leidet unter dem Zerwürfnis mit dir. Ja, ja, ist ja schon gut. Alles Schnee von gestern. Robert wird mal wieder gesund und das ist doch das Wichtigste. Ich habe kaum geschlafen. Trotzdem bin ich hellwach. Das macht wohl die Liebe. Aber stimmt ist Robert schon viel munterer als gestern. Vielleicht könnten wir zusammen ein bisschen Pläne schmieden, wie wir uns in Paris einrichten werden. Und wenn wir die Wohnung von Victorias Freundin bekommen, dann könnten wir morgens Kaffee au lait auf unserer eigenen Dachterasse trinken. Gregor! Hey, setz dich doch! Guten Morgen! Sag mal, hast du vielleicht eine Idee, wann Robert entlassen werden kann? Du, man sollte da nichts überstürzen. Nein, nein, um Gottes Willen. Also ich will, dass Robert so lange im Krankenhaus bleibt, wie es nötig ist. Auch wenn er anfängt zu jammern. Da bin ich ganz deiner Meinung. Sag mal, du kennst doch Robert am besten von uns allen. Vielleicht. Ist dir irgendwas an ihm aufgefallen, seit er wieder wach ist? Was soll mir denn aufgefallen sein? Ja, so einfach an seinem Verhalten. Findest du, er ist irgendwie anders als sonst? Er ist halt noch ein bisschen müde, aber ich meine, das mit der wiederkehrenden Erinnerung ist bestimmt auch nicht leicht. Du machst dir Sorgen. Weswegen? Eigentlich wollte ich mit dir noch gar nicht drüber reden. Worüber? Ich frage mich, ob Robert eine Depression hat. Nach all dem, was er hinter sich hat, wäre das nicht verwunderlich. Was habt ihr denn alle? Gib ihm doch einfach ein bisschen Ruhe. Wieso ihr? Viktoria hat auch schon irgend so was gesagt, von wegen Robert ist komisch. Robert hat keine Depression. Ich will nur nichts außer Acht lassen. Also ich treffe mich jetzt gleich mit Herrn Saalfeld. Wir fahren zusammen ins Krankenhaus. Willst du mit? Nein, danke. Ich fahre dann lieber später. Allein. Okay. Also, wir sehen uns so. Ach Mensch, schade, dass wir so wenig Zeit füreinander hatten. Schade, aber was willst du machen? Wenn es jemandem in der Familie schlecht geht, dann muss eben alles andere hinten anstehen. Irgendwann schaffe ich das mal hier zu sein, ohne dass es lauter Katastrophen gibt. Ja, davon bin ich nicht überzeugt. Stell dir vor, gestern zum Beispiel hat unser Herr Bürgermeister auf der Terrasse einen Gast geohrfeigt. Der Pachmeier? Ja, der Pachmeier. Warum? Der Fürstenhof. Das ist eigenartig. In Brüssel ist es irgendwie viel ruhiger. Das möchte man gar nicht glauben, oder? Naja, irgendwie vermisse ich das auch. Es wird Zeit, dass ihr uns mal besuchen kommt, Hildegard und du. Ja. Ich möchte endlich einmal mein Enkelkind auf dem Arm haben. Du, die Einladung steht. Wir können kommen. Jederzeit, das weißt du. Sobald wir es möglich machen können, kommen wir. Versprochen? Versprochen. Und solange grüßt du mir bitte die Laura ganz lieb und natürlich die kleine Hanna. Mach ich, Vater. Ja, so sind wir da fest. Was wir uns vorgenommen haben, setzen wir auch durch. Und nochmal vielen Dank, Dr. Bergmeister, für Ihre Bemühungen. Gerne. Ja, seine Beine scheinen ja schon wieder zu funktionieren. Darf er eigentlich wieder aufstehen? Nein? Hat man ihn zu irgendeiner Untersuchung gebracht? Definitiv nicht. Roberts' Untersuchungen werden von mir durchgeführt, ohne Ausnahme. Dann ist er wieder getürmt. Ja, sieht ganz so aus. Mein Gott, wie kann das denn dauernd passieren? Wo kann er bloß sein? Das frage ich mich auch. Hey, Onkelchen. Onkelchen, sagst du nicht zu mir? Ich fand's doch sogar irgendwie lustig. Ich bin ja auch gar nicht mehr böse. Spinnst du jetzt, oder? Wieso? Wenn einer besser kommt, dann weiß ich das. Wer hat denn hier wem eine gescheue? Auf derer Welt hat noch keiner Weizen gekriegt, der was nicht verdient hat. Das sag ich dir. Onkel Alois, du musst mal runter von deinem hohen Ross. Du steckst hier in der Klemme. Tanja hat nämlich dich angezeigt. Ich weiß, dieses Weibsbild, diese Person, ich glaub's nicht. Ja, und wenn es öffentlich wird? Ja, dann war ich mal weiße Westen träger, die war's. Ja, und deine zweite Amtszeit könntest du auch vergessen, Onkelchen. Wenn's da um ein Onkelchen sagst, dann haue ich dir ungespitzt in den Boden ein, und dass du das Grundwasser kurgeln hörst. Was wäre denn so schlimm daran, wenn du ein bisschen vor mir auf den Knien rutscht und um Verzeihung bittest? Tanja würde es sicherlich gefallen. Mir aber nicht. Sie würde ihre Anzeige bestimmt zurücknehmen. Du glaubst ja nicht, dass ich ungewiss bin auf die Aussage von diesem... Weibsbild? Ein Bild von einem Weib. Die kann sich auf dem Kopf stellen. Die Sache krieg ich ganz anders vom Tisch. Mit links. Ja? Und wie? Für was bin ich Politiker? Da! Das gibt's doch gar nicht! Kannst du nicht aufpassen, wohin du reitest? Ich meine, ich... Das tut mir leid, ich hab sie nicht gesehen. Dann fragst du doch mal, was im Stall gewesen ist. Okay. Alles gut. Geht's dir gut? Danke. Da ist der ja! Robert, was machst du hier? Ich sitze. Du konntest doch nicht aufstehen und rumlaufen in deinem Zustand. Das muss dir doch klar sein. Also ab morgen bekommst du einen Bodyguard. Ich wollte ein bisschen frische Luft schnappen, also bin ich spazieren gegangen. Wo ist das Problem? Du hast mich in ein anderes Zimmer verlegt. Ich bin aus dem Gröbsten raus. Ach übrigens, hallo Vater. Hallo. Trotzdem, du musst sofort zurück ins Zimmer. Von mir aus? Nein, nein, schön sitzen bleiben. Nicht noch mehr anstrengend, ja? Es kommt gleich jemand mit dem Rollstuhl. Ihr wisst auch nicht so wirklich, was ihr wollt, oder? Lado? Wir haben gestern auf dich gewartet. Hier. Der Rotwein und ich. Ich habe den gestrigen Abend mit Viktoria verbracht. Ist die Kleine immer noch hinter dir hier? Aber sie hat doch nicht etwa ein Exklusivrecht auf dich, oder? So ein zwielichtiger Weinkeller. Gibt es eigentlich irgendwas Romantischeres auf der Welt? Was hältst du denn davon, wenn du diese Spielchen einfach mal lässt? Oh ja. Jetzt hör mal zu. Viktoria ist nicht hinter mir her. Das wäre schön, wenn es so wäre, aber die Wahrheit ist … Ach. Und dafür hast du ja auch gesorgt. So viel Arbeit für so eine Spaßbremse, wo doch das Vergnügen direkt vor deiner Tür steht. Ja, ja. Aber vielleicht sollte man nur denen aufmachen, die man wirklich auch hereinlassen will. Hm? Was sollen wir alles tun, damit du besser auf dich aufpasst? Dich ans Bett festbinden? Dich mit Schlafmitteln vollpumpen? Warum regst du dich so auf? Es ist nichts passiert. Es hätte aber was passieren können! Himmler Gott, wie kann man so leichtfertig sein? Andere wären doch schadenklug. Aber nein, mein Robert Saalfeld nicht. Der riskiert lieber sein Leben! Übertreibst du jetzt nicht? Was meinst du, was ich alles angestellt habe, um diesen Professor Thomas zu bekommen? Den brauchst du ja jetzt nicht mehr. Herr Saalfeld, würden Sie uns bitte einen Moment allein lassen? Ja, nichts lieber Saß. Ich brauche frische Luft. Ciao, Vater. Okay. Robert. Ich kenn' dich jetzt ja schon eine ganze Weile. Unvernünftig warst du immer. Kann sein. Aber das ist hier gar nicht der Punkt. Nicht wahr? Und es geht auch gar nicht um Depressionen. Ich glaube, hier geht's um was völlig anderes. Ich hoffe, es ist alles zu Ihrer Zufriedenheit. Ja, dankeschön. Hey, was machst du denn hier? Ich muss arbeiten. Und ich muss mit dir reden. Okay. Felix, ich will mit dir zusammen sein. Das will ich auch. Aber wir wissen beide, dass das nicht so einfach ist. Hörst du mir jetzt trotzdem zu? Ja, natürlich. Offiziell dürfen wir nicht zusammen sein, ich weiß. Aber wenn wir vorsichtig sind, merkt es keiner. Keine Berührungen, keine zeitlichen Worte, keine Küsse. Nur hinter verschlossenen Türen. Eine heimliche Liebe. Das Verfahren ist eingestellt. Entschuldigung, wieso? Das glaube ich ja jetzt wohl nicht. Was hat denn der Fachmeier sich jetzt einfallen lassen? Womit hat er Ihnen gedroht? Nein, Moment. Hallo! Dieser Mann hat meinem Freund einfach ins Gesicht geschlagen. Das kann man doch jetzt nicht einfach so... Nee, Entschuldigung. Wissen Sie, wonach das riecht? Das stinkt nach Korruption. Stinkt das nämlich. Beamtenbeleidigung. Wissen Sie was? Das ist mir so egal. Zeigen Sie mich doch an. Ich hätte das eh gedacht, dass du so gut lernen kannst. Soll das jetzt etwa ein Kompliment sein? Ja, Freunde, wie du der Polizei gesagt hast, dass du bloß in den Arm eingelaufen bist und dass der mir eine Ohrfeige gegeben hat. Kompliment! Ja, für 100 Euro kann man wohl auch eine überzeugende Davytuck erwarten. 100 Euro? Eigentlich hast du mich jetzt in die Lage eingebracht, aber bitte schön. Versprochen ist versprochen. Und jetzt sagst du mir, dass das nicht wahr ist. Anja! Hast du dich jetzt kaufen lassen, oder was? Das hier sind die geschädigten Zonen. Ich dachte, die werden kompensiert. Das ist richtig, was das Sprachzentrum betrifft und das Erinnerungsvermögen. Aber? Das hier ist das emotionale Zentrum. Jetzt verstehe ich. Ach, deswegen ist das alles so merkwürdig. Ich kann mich zwar an die Gefühle erinnern, aber da, wo sie mal waren, da ist jetzt nur ein... ...ein schwarzes Loch. Ist da gar nichts mehr. Ich weiß nicht. Was ist mit Miriam? Kannst du für sie noch etwas empfinden? Nein. Ich liebe sie nicht. Es war gar nicht so leicht, Vater anzuschwindeln. Er darf es wirklich nicht erfahren, okay? Wenn er wüsste, dass wir noch zusammen sind, dann wird er sich ständig Sorgen machen. Und wen rufst du jetzt an? Professor Thomas, den Neurochirurgen. Wenn er nicht gewesen wäre, dann hätte man mich schon längst wieder abgeschoben. Es gibt immer ein gewisses Restrisiko bei jeder Operation. Moment mal. Entschuldigen Sie bitte, aber Sie können Roberts Leben nicht einfach so aufs Spiel setzen. Die Methode steckt noch in den Kinderschuhen. Ist kaum erprobt. Und riskant. Und riskant. Der Fürcht ist also, dass er... Dass er in Robert nur ein Versuchskaninchen sieht. Ausschließen kann ich das nicht. Aber jetzt sind scheiße, dass er nicht so weit ist. Und jetzt ist es nicht so weit. Und jetzt ist es so weit. Untertitelung des ZDF, 2020